B170 für Radfahrer gesperrt. In Ulberndorf am Bahnübergang ist die B170 für Radfahrer in Richtung Depoldeswalde gesperrt. Grund ist die Häufung von Fahrradstürzen am Bahnübergang in den Schienen. Seit Juni 2017 warnte bereits eine Tafel vor dem Unfall Schwerpunkt. Allerdings entsprach dieses Schild nicht der STVO und so wurde an dieser Stelle das Fahrverbot eingerichtet. Die Umleitung führt durch Ulberndorf neben der B170 entlang. In der Gegenrichtung besteht das Fahrverbot nicht.